So, herzlich willkommen zurück zu ClickerHero, Folge 7 mittlerweile, ähm, ähm, nice, okay, alleine durch Clickern mittlerweile bei Level 24, gar nicht mal so schlecht, ähm, 25 ist dann dementsprechend nicht schaffbar, zwar eigentlich, so, können wir direkt mal hier ein bisschen was einkaufen? Sehr schön, gut, mal gucken, ob die dann auch wieder sterben werden, achso, ne, ist doch der erste, oder? Hä? Oh, den haben wir gestern gar nicht losgeschickt, na supi, ja gut, dann kann er jetzt ja sterben. So, wie sieht es eigentlich hier aus? Äh, stimmt, aber ich hätte noch gar nichts gemacht. Immortal Damage 28, das bringt so genau gar nichts, wobei, ich weiß gar nicht, es sind 30, das heißt wir bräuchten, ja ne, 60 Sekunden um den Platz zu machen, ich weiß gerade gar nicht, wie viel Zeit man hat, aber man hat glaube ich nur eine Minute, das passt nicht. Schade eigentlich. Na gut, wir kaufen hier auf jeden Fall erstmal ein bisschen ein, das würde bedeuten, zuallererst dich. Danke, 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 danke. So, dann kannst du hier wieder auf Auto-Forwarding gehen. Ähm, dann gehen wir mal 25. Und genau, und direkt nochmal, easy. Oh, das ist so teuer. Ich glaube das nicht. So. Kaufen wir hier direkt was? Ne. Wir versuchen erstmal in tierner Schritten. Oder direkt in 25er Schritten. So. So. Dann muss ich später weniger fixen. So. So, und die unten, die kann ich jetzt gucken in tierner Schritten zu kaufen. Na gut, können wir gerade mal eine einzigen. Schade. Äh, na, 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 na. Da, da. Da, da. So. Ich schicke die gleich mal hier All of 200. Wobei eigentlich bist du bei dieser Sension jetzt relativ viel Ancient Souls bekommen. Äh, Hero of Souls. Mal gucken. Werden wir dann ja sehen, wenn es soweit ist. So, dann können wir direkt auch wieder kaufen. Sehr gut. Ähm, da, 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 da. Hm, genau. Betty Clicker. Da gebe ich jetzt noch ein bisschen mehr. Damit die schon mal alle Upgrades hat. So. King Medias haben wir noch nicht. Ne. Haben wir noch nicht. Schade. Damals wird es noch nicht DPS. So. Das sieht auch gut aus. Dankeschön. Ähm. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Und 1, 2, 3, 4, 5. Danke, danke, danke. So. So. Und so. Jut hier hin. Dann machen wir mal weiter. Das heißt. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. So. Und langsam wird es wieder teurer. Warum gibt es hier noch nicht diesen Button mit alles kaufen? Also alle Upgrades kaufen. Das ist ein bisschen Bullshit. Müssen wir immer noch alles manuell machen hier. Gott. Okay. Jetzt wird auch mal auf Level 200. So. Danke, 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 danke. dann haben wir jetzt zumindest alle klickt damit sieht mittlerweile was sind qualität ich weiß nicht ob das unterschied das macht so genau hier oben haben wir alles hier können wir auch nichts mehr machen ja gut dann bleibt es auch nichts anderes übrig als zu leveln bis das was das hökelt king medias in the house okay das ist schon wieder so genau 123 123 123 123 123 so danke 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 aber alles nur eigenschaden hier damit immerhin ein bisschen klickt damit ich kann die schaden kritischer schaden auch noch ja ja danke danke und er kommen Dankeschön. Ach, dann kommt ja noch eins. Oh Gott. Nee, geil, kann man warten. So, machen wir dich jetzt mal auf Level 100. Haben wir alle? Sehr schön. Oh, wir können ja noch weitermachen. Ich dachte schon, wir wären langsam, aber wir wären einfach nur vergesslich. Ist ein kleiner Unterschied. Eins, zwei, drei. Armin Hopp, yay. So, machen wir dich direkt mal auf Level 50. So. Wow, Ener-Engine-Soul. Äh, Hero-Soul. Dass ich diese Namen auch immer verwechseln muss, ey. Ist ja traurig. Traurig ist das. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. So. Dann schicke ich euch beide auf 125. Bam, bam. Perfekt. Gut, ich hätte die zwar gerne lieber auf gleich, gleich direkt auf 200 geschoben. Da müsste ich aber noch ein bisschen warten. Äh, danke. Perfekt. 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 So, das müssen die alle sauberen 100er Level haben. Richtig? Äh, boah, Alter. Ja, sieht gut aus. Sehr gut. Gut. Gut, aber direkt Level 100. Okay, weiter hier unten. Ähm, was bist du? Auch alles nur Eigenschaden. Ach, schade. Schade, schade, schade. Oh, ein Fisch. Bei 10% grad mal. Ist ja nicht so viel. Das ist nur wirklich nicht grad die Welt. Ich meine, ich bringe natürlich auf, auf, auf Dauer trotzdem mehr, als wenn sie nur Eigenschaden erhöht, ne? Also, aber. Weißt du was? Ich hebe mal hier alle auf 200. Danke, danke, danke. Danke. Danke, 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 danke. Danke, danke, danke. Sehr schön. So. Geht doch. Yay, das ist ja gleich bei Frostly. Dann mach ich jetzt schon mal wieder auf. Einfach. Zieh dich mal ganz kurz ab und schick dich da auf. Ist ja bald zu weit. Und ich trinke jetzt noch kurz was. Ach, Regenrägchen. Und wir haben direkt ein Relikt bekommen. Aber nur Müll. Vier Sekunden da. Sechs Sekunden da. Alles nur Schwachsinn. So. 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 Ich frage mich mal, die Debatten hier kommen mit dem, äh, alles gilt und ich meine, wie war der Brecht bei der 570, die 180 waren wir. Ja. Gut. Sieht aber so aus, dass ich kein Update vergessen hätte hier. Upgrade. Ich meine, ich doch. Ne, haben wir alles. Sehr schön. Sehr schön. Wieder ein Rubi bekommen. Oh, ich weiß nicht. Die Rubis. Wenn wir dann auf jeden Fall nach der Transension eine Quick-Essension machen. Direkt. Dann geht's ab. Wie schützt Katze. Ähm. So. 1, 2, 3. 1, 2, 1, 3. 1, 2, 1, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Äh. Egal. Vier. So. Dam, dam. So. All auf 200. Danke, 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 danke. Danke, danke. Na komm, na komm, na komm, na komm, na komm. Du schaffst das. Kampateraio. Perfekt. Eine Perfektion. In Aktion. Ähm. Ich versuch den hier gleich mal auf 25er Schritt zu heben. Ja. Das war nicht so gut funktioniert. He. Oh, schon vier heroes souls. Aber gut. Aber trotzdem, gerade mit 12 Stück bei der Level 360. Also auch nicht viel besser als in der vorherigen Ascension. Ich meine, wir kommen jetzt definitiv weiter. Ja, das schon. Aber, ähm. So meine ich, wir hier auch unsere Kombi erstmal aufgebaut haben. Hab quasi das Fenster schon, ich weiß gar nicht wie lange, auf jeden Fall schon, ähm. Na ne, mindestens eine Stunde, ne. Ich weiß nicht gar nicht. Auf jeden Fall, ne, bevor ich die Öffnung gestaltet habe. Also quasi, als ich aufgestanden bin. Hab ich direkt das Fenster hier geöffnet. Wenn Autoklicker drauf gezogen. Und dann erstmal so gemacht. Und dann, ja. Haben wir dann schon mal ein bisschen Bonus bekommen. So, 25. Und drauf mit dir. Beziehungsweise bleib'n lieber da. Das kann ich auch noch manuell machen. Da kriegen wir schon hin. Perfekt. So. Das hier weiß ich offengesagt nicht, ob ich das mache. Vor allem, wie ist denn das? Äh, geht denn unsere Combo verloren? Bin ich gerade ein bisschen überfragt? Na ja, das machen wir mal lieber. Können wir denn mal nach der Transension machen? Wenn wir sowieso keine Combo mehr haben. Oder nach der nächsten Ascension. Je nachdem. Alter, wir sind schon wieder 180. Und dann haben wir schon wieder nur 12 Euro Souls. Willst du mich verarschen eigentlich hier? Oder, äh... Oh Gott. Da hat ich einen Albtraum. So, wie sind unsere Stats? Wir haben 18 mal Schaden bei jedem Findenklick. Naja. Also gut, 300% Schaden. Durchkrittsschaden. Äh, Durchschnitt. Natürlich. Nicht Karate-Welt. Aber kann der wirklich mal irgendwie ansteigen oder was? Das ist ja... Was ist denn hier los schon wieder? Der würde ja nie im Leben was. Oh Gott, Alter. Ähm... Ne, die will ich noch nicht aktivieren. Ich glaube, die Skritte lasse ich mir diesmal wirklich komplett dafür, ne, wenn wir bei irgendwelchen Bossen scheitern. Ich meine, wir brauchen nicht mehr so viel, bis wir hier auf Level 200 kommen. Und das denke ich ja sowieso wieder heftig weiter. Okay, dann würde ich mal sagen, wir machen erstmal hier an der Stelle Folge Pause. Äh, zur nächsten Folge dann.